So liebe Freunde, wir machen heute mal was ganz tolles. Wir fahren hier. Ich versuche das jetzt mal mit einer Hand. Einfach mal gucken, Freunde, wie das hier abgeht. So. So. Hier unten haben wir ca. 17%. Ich bin jetzt bei 16 kmh. Völlig relaxed. Früher, da können wir nochmal zurück. So. Hier unten sehen wir noch die alten Nihil. 18 kmh. Locker machbar. 20 kmh. Im Turbobetrieb. Freunde, jetzt sind wir über den größten Buckel. Hab jetzt aber doch ein bisschen Puls. Na gut. Hier müsst ihr auch treten. Oben, schön zu sehen, der Turm. Wir kommen höher. Und höher. Sag euch. Wahnsinn. Eifel. Halben. Ja, was ist denn? Aber wir schauen jetzt wieder nach vorne. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sind. 23 kmh. Hier überall erdreich aufgeschüttet. Wahnsinn. Kein Arbeiter mehr zu sehen. Kmh immer noch 22 kmh. Und ich sag mal, relativ tiefenentspannt fahren wir hier auf die 150 Meter. Guckt euch an, was die hier alles bewerkstelligen. Weiß ich nicht hier. Oder Nordkorea-Abschussrampen. Keine Ahnung. Es ist der Wahnsinn. So. Jetzt sind wir wieder oben. Bei den Baggern. Ich bleib mal ein bisschen drauf. Hinten Richtung Wassenberg. Windräder. Jetzt wird der Teer zu Ende sein. Wir fahren aber weiter. Mit einer Hand. Ist nicht ganz so einfach. Aber ich mach ja alles für euch. Der höchste Punkt vom Kreis Heinsberg ist damit erreicht. Und jetzt guckt euch diesen Weitblick an. Da hinten Vollratterhöhe. Und alles, was dazugehört. Einfach Wahnsinn. Wir sehen uns später. Tschüss.